Musik In unserem schönen Garten begrüßt dich Arabella Ameise. Hier summt's und brummt's in jeder Ecke hoch und tief und laut und leise. Ich komme gut herum, kennt fies bis nett jedes Insekt. Vor allem die Käfer sind sehr lustig hier. Ein echtes Käfer-Kabarett. Moin Moin, ich sag's gleich wie es ist. Ich brauch jetzt erstmal Proteine zwischen die Beißerchen. Die glänzen quasi vor Schärfe, genau wie mein Panzer. Gold und Grün und mit rötlichem Schimmer mutet er an. Rot wie Blut. Blut? Das erinnert mich an mein Frühstück. Übrigens, wenn ihr auch mal so einen schicken Goldpanzer haben wollt, empfehle ich euch den Lack von Maikäfer Lackmeier. Jetzt den Panzer panieren und in Gold flanieren. Mit Lackmeier-Smile-Lacken. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, wenn ihr mir auf Käferkram folgt. Job ist Job. Und dank meiner kräftigen Stimme und dem Pretty Panzer bin ich die perfekte Insekt-Trancerin. Spruch ausdenken und den FollowerInnen vorschreien. Aber dafür brauch ich Power. So eine saftige Schnecke wäre also etwas Feines. Egal ob nackt oder mit Haus. Wobei, letztens hat eine so viel Schleim abgesondert, dass meine starken Kiefer und Fühler fast verklebt wären. Boah, nervig. Da hätte ich sie aus Prinzip noch lieber gesnackt, als sowieso schon. Oder ein Kartoffelkäfer. Oder eine Schmetterlingsraupe. Eine Frühlingsrolle quasi. Okay, gleich schlüpfen meine roten Beine in die Turnschuhe und dann renne ich los und jage. Oh halt, da kommt ja eine Ameise auf mich zugekrabbelt. Vielleicht ein kleines Vorfrühstück? Ah, das ist Arabella. Die ist zwar süß, aber zu süß. Die werde ich nicht fressen. Moin Gerda Goldlaufkäfer. Grüße und was geht? Bin ich für den Rabattcode etwas schon zu spät? Ich möchte auch die Turnschuhe von dieser tollen Marke, die du auf deinem Account vor kurzem erst empfahlst. Die neuen Hirschbox von Hirschkäfer Henriette. So schnell warst du noch nie durch eine Hecke. Der Rabattcode gilt noch circa vier Wochen. Etwa so lange wie Henriettes Lebenserwartung als Käfer. Schon lächerlich. Ich kann ganze zwei Jahre alt werden und Schädlinge habe ich sogar als Larve vernichtet. Egal. Die neuen Hirschbox von Hirschkäfer Henriette. So schnell warst du noch nie durch eine Hecke. Alles klar. Danke Gerda Goldlauf. Sicher ist, dass ich die Schuhe wenn er ganz schön schnell kauft. Kein Ding. Und da du noch keine Schuhe hast, mach dich auf die Socken. Ich hab Hunger. Da flitzt sie. Hat sie bestimmt einiges an Überwindung gekostet, zu mir zu kommen. Auf Käferkram bin ich wohl beliebter als von Angesicht zu Angesicht. Vielleicht sind meine drei Zentimeter manchen zu viel. Warum nur? Warum nur? Ich glaube ich brauche mal Urlaub. Mal wieder in die Weinberge, auf die Felder oder in den trockenen Südhang. Und da fällt mir direkt ein Slogan ein. Rocco Rosenkäfer reisen. Blühen sie im Urlaub so richtig auf. Haha. Als ob Rocco sich um irgendwas anderes als ich selbst kümmern würde. Boah, Rocco. Allerdings ist ein Großteil meiner Familie in die Nähe seiner Verwandtschaft Richtung Rote Liste gezogen. Vielleicht mach ich auch da Urlaub. Ich hab wirklich Hunger wie verrückt. Verrückt. Und hier krabbeln nicht mehr so viele Appetitlichkeiten herum wie früher. Seit der Zweibeiner hier mit so einer Sprühflasche rumrennt und alles einnebelt, als wäre da Chanel Nummer 5 drin und der Garten eine echte Dame. Rocco gefällt das bestimmt. Nee, zu dessen Verwandtschaft gehe ich bestimmt nicht. Oder? Oh Mann, ich bin echt nicht ich, wenn ich hungrig bin. Jagen und der Hunger ist gegessen. Ich sag's ja, Käfer sind besonders. Sehr. Wenn du mit mir weiter krabbelst, zeig ich dir gern mehr. Ich sag's ja, Käfer sind besonders. 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 Vielen Dank.